Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda The Minish Cap Ich will wissen was du hier für ein Typ bist Viele Leute bringen die Leihbücher aus der Bücherei nicht mehr zurück Ich werde gleich mal zur Bücherei gehen glaube ich Oh, Rozi Da willst du auch meine Warnia Till Till Brunner Der Rotzfaden ist so geil Ach ne, guck mal einer schau Was sich da tut Passend zusammen, passiert dir was gut ist? Till Brunner Die Tür ist verschlossen, blups, 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 ok Schaut sie mit Hier ist aber auf Bist du denn? Hallo, willkommen im Schimarus Laden Ich leite dieses außergewöhnliche Geschäft Soll ich dir erklären was ich anbiete? Ja, mach mal Nun gut, um es kurz zu sagen Gut, du willst es also wissen Dann werde ich nun beginnen Sieh mir in die Augen, du wirst müde Eins, zwei, drei Der Traum werde wahr Okay What der Fug Alles klar Alles klar Leute, alles klar Man kann es auch direkt übertreiben So ein bisschen, ne So ganz dezent Boah, wie viele Gegner Ja, komm Ich muss sie kämpfen Schon wieder ein Glücksfog Nicht mehr da halten Boah Wir sind immer wieder bei Wie, ja, du Ey, es ist bescheid Come on, baby Boom Na, tot So, okay Jetzt wird es noch du, mein Freund Und du wirst jetzt Geschichte, my friend Ein Herzteil erhalten Ja, ey, cool Das ist nice Das war ein schöner Preis Ha, ich kann reiben Na, ihr seht, ich möchte wieder aufsetzen Come on Und, hattest du einen schönen Traum? Dann beehre mich bald wieder Es gibt bestimmt nur einmal ein Herzteil hier Oder gibt es jetzt hier So ein Herzteil Beim besten bin ich vorstellen So, ich wollte aber Was ist hier los? Und, das macht bestimmt Spaß Ich will ja auch mal Ich will auch spielen Ich will ja auch spielen Ich will ja auch spielen Kleine Andrea Ein blaues Fakten möchtest du Und das habe ich glücklicherweise einige gesammelt Deswegen ist es okay Aha, da kann man da jetzt also auch wahrscheinlich hin Okay, cool Sie passen zusammen Komm, kann man hier rein? Ja Jetzt geht's los Ich bin schon ganz kribbelig Bist du ein Schwein? Oh, ein Kunde Warum ich einen Glücksspiel-Salon habe? Äh, weil man beim Glücksspiel manchmal gewinnen kann Ich kann es nicht empfehlen, aber probiere es ruhig aus Ein Spiel kostet 10 Rubine Willst du es probieren, obwohl du nicht weißt, ob du etwas gewinnst? Es ist besser, du lässt es Na, ich probiere es halt einmal Äh, lol Fett noch hin Achso, dann kann man dir auch nicht mehr helfen Ich werde da mal die nötigen Vorbereitungen treffen Komm durch den hinteren Eingang nach Na, jo, machen wir Öffne eine Schatzkiste deiner Wahl Wenn du gewinnst, erhältst du das Doppelte deines Einsatzes Herzlichen Glückwunsch, du hast man schon wieder gewonnen Ich würde es nicht tun Aber möchtest du deinen Gewinn nochmals einsetzen? Überlege es dir gut Hm, ne, ich hab keinen Bock mehr Da hast du vollkommen recht Der Mensch sollte vernünftig bleiben Ich werde dir deinen Gewinn auszahlen Warte bitte im Empfangsraum Herzlichen Glückwunsch Das ist dein Gewinn, 20 Rubine Aber das war Zufall Und Glücksspielgewinne sind unredliche Gewinne Komm lieber nicht mehr hierher Sehr kundenfreundlich Aber gut, mir soll es egal sein Hm Ich wollte diesen komischen Typen Urknau besuchen Nicht du? Ich meine es nicht Ich meinte Dich hier Bist du? Na, was guckst du denn so? Ich bin Gorman, der Makler Ich suche einen Mieter für dieses Haus Ein schickes Haus, oder? Allerdings nur für eine alleinstehende Frau gehalten Mehr Leute wären zu laut Und würden nur alles schmutzig machen Sag mir Bescheid, wenn du jemanden kennst Der ein Haus sucht Na, wie wär's mit einem von diesen komischen drei Beiwanderungen? Warte mal Wo wart ihr? Hier Du willst mir ein freies Haus zeigen? Yeah, danke Ich gehe gleich mal hin Da ist mir nicht gespannt Und? Yeah Oh, da hängen ihre Sachen Oh, Ewel Du kommst mich besuchen Ich wohne jetzt in einem schönen Haus Wenn du eine leere Flasche hast Bekommst du von mir einen Talisman Ich hab ne leere Flasche Soll der Talisman in die Flasche? Yo, mach mal Bitteschön Er ist in der Flasche Komm jederzeit wieder vorbei Dienst Talisman erhalten Deine Kraft ist für kurze Zeit größer Ah, jo, okay Cool Bist du noch handelieren? Wo ist dieser komische Makler jetzt wieder hin? Ist der jetzt nicht mehr da? Da ist der Makler jetzt abgehauen, oder wie? Moment, er hat irgendwas von der Bücherei gesagt Großen, wo ist denn hier die Bücherei? Ich bin hier in meinem Buch auszulein Eigentlich müsste ich schon geöffnet sein Wie ist die Bücherei? Okay Okay, okay, okay Das nächste Haus baue ich hier Okay Hier mal hier rein Und gucken mal, ob wir hier Mit ihm mal reden können Weil er wollte doch Ich tue einen Auftrag für einen Ja, hab ich eigentlich Keine Ahnung Dann erst einmal nicht Aber ich wollte mir hier auch nochmal gucken Wie das hier aussieht Mit dem Warte mal, konnte man hier rein Und da dann auch Ja, aber hier ist kein Portal drin, leider Hm, Hund Dankeschön Jetzt muss ich mal gucken Wo war denn das? Irgendwo war doch hier so eine Höhle Da hatte ich die Ebene von Heilwohl Oh ja, das ist auch schon mal nicht schlecht Auch wieder so ein Hab-Mich-Lieb-Ding Okay Da-da-da-da-da-da Ah, da waren wir ja schon Muss ich jetzt nicht hin Bum, bum, baaam Bum, baaam Moment, war hier nicht irgendwo Weiter nach rechts Verpasst euch alle doch einfach mal Hier war ich, glaub ich, schon drin, oder? Ein Feenbrunnen Sehr schön, Feenbrunnen ist immer gut Ähm, ich glaub hier war ich auch schon mal drin, oder? Ich würde behaupten, ja Ne, war ich noch nicht drin, oder? Ein rotes Glücksfragment Cool Und eine Flamme Also eine Fackel, die wir angezündet haben praktisch Weil wir einen Schalter gedrückt haben Da war der Königsfamilie Was hat's damit auf sich? Das würde mich auch mal interessieren Hm Aber weiß, vielleicht find ich das dann noch raus Was? Ich bin jedenfalls gespannt Mal hier rein Ups Dann komm ich also so nicht weiter, okay Hier würde ich hier unten wieder rauskommen, ja genau Hier gucken Oh, cool Ein weiteres Herz da erhalten Das ist ja cool jetzt Ich tippe mir nur noch eins, dann hab ich schon wieder ein neues Herz Ein komplettes Okay, da komm ich nicht rein, weil ich hab nix zum Schwimmen irgendwie Ich bin mal wieder Ohne die Kenntnisse zum Schwimmen irgendwie geboren worden Und hab's nicht gelernt in meiner Elfenschule Typisch Kann ich jetzt lang, offensichtlich Das klingt hier schon wieder sehr feudal Hm, okay Ah, da ist ein so'n Viech, da kriegt man wieder ordentlich Rubine, wenn man das killt Boah, so schnell dieses Ding Bis myös Geld Hält so viel aus Wievere kriege ich? Cool Cool Erstmal gehen wir hier rein Und WEITRESSERtYLE esteyes Reiskontäner Mensch, Mensch ich werde hier fündig. Das gefällt mir richtig gut das war wieder jetzt werde ich mich erst mal schrumpfen lassen größe des minnisch und so danke ist er nur wir freuen uns selber dein gesang die schimmer lang ein bisschen schneller wie soll man denn da hinkommen was bringt mir das westliches welchen toll und sonst ich hätte eine ehre besuch zu bekommen hier gibt es zwar nix aber bitte bleibt doch und rote ich aus wenn ich eben nicht schade uns nicht verboten was ist die pflanze die blinkt und weiß nicht hinterher kommen da lang ajo was gibt's hier 50 mysteriöse muscheln dafür sowas mit zum Haus das ist noch irgendwas die die hinterkamera noch mal rein und das wird hier noch mal 50 mysteriöse muscheln klasse besser als nix hier komme ich nicht rein diese foto an musik hier komme ich auch nicht weiter aber es hat ja durchaus sein können das hier irgendwas ist wo ich mir hier mal irgendwas organisieren kann oder so da ich ein spiel der weiß ich das nicht das naheliegend ne gut ich glaub das ist dann wenn ich diesen part beende für heute auch wieder genug haben mit der menschen sind dass die menschke und sind ich sag mal das war es an dieser stelle speichere hier noch mal und sage dann danke für die aufmerksamkeit für heute wir sehen uns im nächsten part und ähm tja schümmelöl und züdelü